hallo und herzlich willkommen auf moxcout deinem kanal für interessante lego sets und spannende eigenkreationen aus klembaustein heute habe ich ein neues city set für euch und zwar das meeresforschungs urboot oder ocean exploration submarine die 60264 aus der city serie von 2020 dieses set kostet original 30 euro bei lego ich habe es bei müller für 25 gekriegt mit ein bisschen rabatt beide preise sind okay kommen wir noch darauf wir haben 286 teile das ist im preis leistungsverhältnis relativ hoch also über zehn cent beim originalpreis die höhe vom u-boot selber sind ungefähr zehn zentimeter 16 zentimeter lang 12 zentimeter breit also ist ein überschaubares kleines u-boot ihr kriegt aber auch noch vier minifiguren und eine kleine unterwasser oder einen kleinen unterwasser felsen mit einem fischli hier einem seltenen in dem set nur vorkommenden glow in the dark fish so das teil oder diese teile hier hat man in 30 minuten schnell aufgebaut gar kein problem lego sagt selber 5 plus ist das set hier ist übrigens der karton aber das kann man natürlich im prinzip sobald ein kind lego steine verwenden kann dem kind in die hand drücken würde ich mal behaupten und das kann dann damit spaß haben also hier steht auch wieder drauf supporting national geographics explorers das ist ganz super finde ich ganz klasse nicht nur dass sie das machen sondern dass hier ein setting gewählt wurde was es einfach auch tatsächlich gibt unterwasser auf forschung ich finde so muss lego sein das ist auch ein bisschen der bildungs- und erziehungsauftrag von lego dass wenn ich immer nur etwas verrücktes abgefahren das machen sondern tatsächlich immer noch die themen haben wo die kinder sehen können was man tatsächlich machen kann was es für forscher gibt wo man was lernen kann so hinten passiert nicht viel auf der verpackung noch ein bisschen bilder wie man spielen kann und es gibt hier tatsächlich eine ganze menge play features in dem set das ist schön kommen wir mal noch zur anleitung wir haben eine dreiteilige anleitung nämlich ein großes heft und zwei kleine hefte das ist für mich nicht so ganz logisch also das große heft baut hier dieses große u-boot und die kleinen heften bauen quasi in zwei teilen diese insel also zwei anleitung hätten es auch getan da hätte man es zusammen mit einem freund bauen können aber ich glaube ein set in der größe baut man eher alleine ja oder vielleicht mit dem papa zusammen da sind dann mehrere anleitungen vielleicht hilfreich aber ansonsten verstehe ich den sinn jetzt nicht so ganz ja vielleicht kann mir das ja jemand erklären und tatsächlich ist es auch so ihr baut hier diese insel in zwei teilen hier auf der seite war das glaube ich genau dann kann man da kriege ich es weg wo das ist jetzt so fest genau also das sind zwei teile hier diese insel die setzte dann wenn ihr beide teile gebaut habt dann aneinander welchen sinn das bautechnisch hat weiß ich nicht so ihr habt hier an dem u-boot so greifer die haben so gummies ja also ist ein set mit gummies das hatten wir auch schon bei den jago city es gibt sicherlich auch noch bei anderen sets da kenne ich es eben noch daher und das funktioniert hier tatsächlich auch relativ gut hier mit diesen greifern das ist eine spezialität von den teilen her dann gibt es hier eben noch diesen fisch hier kommen wir mal näher ran hier diesen glow in the dark fisch der ist selten hier dieser technik arm in trans clear der ist relativ selten dann haben wir noch hier bei dem u-boot diese dachsteine in gelb hier die mittelteile und die endteile die kann man auch zum beispiel für ein lkw verwenden oder für irgendwelche autos die sind relativ selten hier vorne diese transparente glocke und innen haben wir noch einen slope der einen druck drauf hat so also dann kommen wir mal also zum thema wo kriegt es her ja müller habe ich zum beispiel her oder amazon da war es teurer guckt einfach das ist neu das wird auch wieder ein bisschen runtergehen vom preis wird das eine oder andere angebot geben bin ich überzeugt aber ich persönlich finde für das was ihr kriegt sind tatsächlich 30 euro in ordnung ja es ist nicht günstig aber es ist in ordnung und 25 euro finde ich absolut okay da gibt es andere sets da finde ich das nicht in ordnung aber hier gibt es den spiel spaß dafür ihr kriegt nämlich auch noch vier figuren und zwar zwei forscher in ihren forschungstauchanzügen das sind im endeffekt raumanzüge nur als unterwasser variante beim einen visier hat es bei mir beim bauen nicht so richtig klick gemacht aber es hält ihr könnt euch übrigens gerne das unboxing video angucken gibt es schon und ein forscher eine forscherin ist natürlich eine dame mit wendegesicht das ist ganz cool eine dame haben wir und einen herrn also hier gendergerechtigkeit der herr hat eine brille eine viereckige brille und beide figuren sind natürlich vorn und hinten bedruckt also die suchen offensichtlich irgendwas ich weiß nicht ob sie gold suchen der hat hier so die dame hat hier einen detektor und der herr hat hier eine kamera also sie können fotografieren und irgendwas suchen unter wasser ja also ich finde sie sehr schick die haben natürlich auch noch ihre lampen dran im endeffekt kann man diese teile hier auch als raumanzüge verwenden gar kein problem so die figuren tun wir mal auf die seite und dann haben wir hier noch unsere zwei anderen figuren das sind dann quasi die forscher die in dem großen u-boot drin sitzen beziehungsweise ja man kann beide reinsetzen hat sogar für beide platz die haben keine anzüge die dame hat hier ein stirnband auch sehr schick die haben keine zweiten gesichter die sind aber vorne und hinten bedruckt der mann arbeitet schwer hat ein angestrengtes gesicht und eine dark blue cup ich finde hier die farbwahl finde ich super das ist glaube ich sand blue hier die dame und die hose vom herrn und der hat hier auch handschuhe ansieht man also tolle minifiguren gefällt mir sehr gut eine sache hatte ich noch vergessen und zwar es gibt aufkleber in dem set so rum das sind aber relativ wenige das ist überschaubar und die könnt ihr guten gewissens weglassen ihr verliert bei diesem set nichts wenn ihr die aufkleber nicht drauf macht das funktioniert ganz genau gleich das fällt euch gar nicht auf es gibt eine kleine handvoll ersatzteile das ist aber überschaubar wenig wir haben nicht so viele so kleine teil hier in dem set einige doch sehr große teile auch eben durch die dachkonstruktion hier und die kuppel von daher passt eigentlich von daher ist der preis auch mehr nachvollziehbar das hier bei so wenig teilen der preis relativ hoch gegriffen ist figuren fazit für mich tolle ausstattung sehr sehr schick machen spaß man kann jetzt hier einiges machen ihr kriegt ja wie gesagt hier nicht nur dieses u boot sondern ihr kriegt bei diesem boot auch noch hinten also wir gehen mal durch dieses u boot ich greife schon wieder vor wir gehen mal durch also u boot mit extrem coolen hier verstellbaren rotoren ja damit kann ich bin kein fachmann für u boot aber damit kann kann man toll spielen kann sozusagen das einstellen je nachdem wohin man fährt hoch runter vor und zurück ja keine ahnung so sieht es besser aus also turbinen wie auch immer rotoren hier oben lichter mit dem ganz witzigen teil hier das ist so zauben zeug von ich kenne das früher von pferden von kutschen aus meiner eigenen kindheit war das immer an den pferden dran damit waren die pferde mit den wagen verbunden und hier oben so eine angedeutete luke dann ist sind die beiden greifer die funktionieren wie gesagt auch ziemlich gut jetzt muss ich mal gucken kann ich damit irgendwas greifen greife ich mal so ein so ein männchen hier dann ja das weibchen vielleicht eher das ist jetzt der ultimative test genau also das hält echt gut also ist eine gute bautechnik gefällt mir richtig gut ist gut gelöst so wenn man jetzt hier jemanden reinsetzen will dann muss man das u boot aufmachen weil die kuppel die blöde blockiert sonst hier die geht nicht auf wir machen das auf das ist übrigens hier auch noch tolle teile zwei arches dann gucken wir einmal rein da seht ihr diese bedruckte slope mit einem tollen radar vorne sind nur die zwei hebelchen hier zum zum steuern das ist hier mit stufen rastert das so umeinander und da setzen wir ich glaube die anleitung sagt ich soll den herren reinsetzen dann setzen wir den herren rein also machen wir die ärmchen nach vorne und setzen ihn hier rein klappe zu und hier hin ist zwar nur eine teil aber vor dieser konsole kann man dann auch hier die dame reinsetzen das ist dann unter wasser nicht so ganz logisch weil es da keine trennwand gibt und wenn dann hinten der speeder rausgezogen wird zu dem ich gleich noch komme wird es etwas nass in dem boot also das ist das boot hier diese zwei roten coolen schwimmkörper das ist witzigerweise hier eher so eine art auto konstruktion unten seht ihr an den grauen teilen mit diesen pins raus und da hängen diese roten schwimmkörper dran und auf der rückseite haben wir eben hier so einen speeder da ist hier so eine steuerung so eine bedruckte teil die kann man abnehmen die ist übrigens von der anleitung her muss man die da nicht ran machen es ist aber logisch sie daran zu machen wenn man hier diese clips hat und wenn man das dann ran macht dann dann blockiert das hier also dann fällt unsere speeder hier nicht raus so und dann kommt hier so ein speeder raus da müsste man vorne eigentlich auch einen aufkleber drauf machen so der fällt mir jetzt aus den händen und der hat hier quasi so eine box und da können die forscher ihre proben reintun und ich habe erst gedacht das ist sowas was die sozusagen wo wo die sich ranhängen die forscher da gibt es ja ein kleines set das mit dem mit dem rochen und da ist auch so ein ja so ein weiß nicht wie die dinge heißen da hängen die sich die taucher ran und können dann damit durch die gegend fahren das ist wie aus den james bond film so und hier ist es aber so dass es soll offensichtlich selbst fahren und dafür gibt es dann diese fernbedienung und diese fernbedienung hat dann auch laut anleitung einer der forscher in seiner hand also der hat die fernbedienung in der hand und kann dann damit dieses gefährt hier steuern und kann dann die proben da rein tun leider gibt es jetzt da keine teile die jetzt durch diesen schlitz reinpassen würden in dem set das heißt man muss aufmachen dafür ist ganz geschickt dass das durchsichtig ist und kann dann kann dann hier zum beispiel so ich ist noch so ein ersatzteil von so eine so eine ich glaube das ist light aqua diese farbe kann so eine blume da rein tun und hat dann hier eine probe gesammelt von einer koralle oder sowas ja wir kommen gleich noch hier zu dem felsen dann gucken wir uns das genau an was die forscher da sammeln könnten so hier hinten noch mal zwei propeller die sich toll drehen ja also schöne steine kann man sicherlich damit auch was anfangen was anderes bauen und das ist hier noch einfach cool dass man hier was rausholen kann und wieder reinstecken kann wie gesagt man man schiebt das hier hinten rein und dann blockiert es hier unten durch diese hinge teile aber wirklich halten tut es erst wenn man diese fernbedienung wirklich da unten wieder rein klipst und so so ran drückt dann hält es hier drin wirklich auch gut so also so viel zu unserem u-boot ich finde es cool also so muss lego sein leute ja hier sind übrigens auch das habe ich gar nicht gesagt hier sind so coole fensterteile verbaut sechs stück gelbe fenster kann man alles mögliche draus bauen fahrzeuge super prima dann haben wir hier unseren fisch und genau die forscher die schwimmen an dem felsen vorbei und dann kommt der fisch raus ja und beißt sie oder macht irgendwas anderes mit ihnen lässt sich fangen oder lässt sich fotografieren das ist ja hier so ein anglerfisch der hat hier so sein leuchte-dings und das gibt es ja in Wirklichkeit auch die leben in der tiefsee die Fische dann kommen die kleinen Fische die sehen da leuchtet was und dann sehen sie den großen Fisch nicht und dann macht er Haps und dann sind sie weg also tolles Teil zwei krebse sind da übrigens auch noch die habe ich da einfach oben drauf gemacht die sind frei positionierbar an dem Set hier so Korallen drei stück dran und hier so Korallenblüten oder was auch immer das sein soll drei stück dran also hier lässt sich forschen das sind super Farben super Teile also teile technisch ist das für mich das Highlight definitiv an dem Set ja hier ganz einfache Konstruktion nichts besonderes schiebt man halt raus und wieder zurück ja reicht aber reicht zum Spielen aus ihr habt hier was womit man vernünftig spielen kann und ich finde es ist nicht wenig 30 Euro sind hier nun auch nicht wenig 25 Euro ist dann noch ein bisschen besser aber ihr kriegt einfach hier finde ich ordentlich was wir können mal die ganzen Sachen nebeneinander stellen dann sieht man das auch mal hier was ihr da alles kriegt die Fernbedienung die finde ich eigentlich auch cooler wenn unser Kollege die hier in seiner Hand hat na komm bleib stehen so und dann haben wir hier noch die die vierte Figur lassen wir jetzt mal hier wo es eigentlich ach wir haben beide genau wir haben beide Figuren beide ähm Trockenmenschen also ohne ohne Anzug die haben wir jetzt beide hier drin man muss halt immer hier das das Dach abnehmen ja das ist ähm ja ist okay ich hätte es irgendwie cooler gefunden es wäre nur mit Kuppel gegangen aber vermutlich wäre es dann Gefrickel gewesen den da oben auf die Noppen drauf zu setzen das hätte nicht so wirklich gut funktioniert also ich finde ich finde es cool ja ich finde es wirklich cool man kriegt hier doch einiges also versuchen was mal zusammenzufassen was ist hier positiv wir haben eine tolle Optik wir haben hier ähm schöne Teile wir haben hier tolle Figuren ähm das Spiel macht wirklich Spaß und der Preis ist auch in Ordnung wir haben hier an negativen Sachen ganz wenig wir haben nur die Aufkleber die ähm ja ein bisschen in Wermutstropfen sind ihr braucht die aber nicht und das ist das Schöne man kann die einfach weglassen und euch fehlt nichts ja das ist einfach selten bei Lego Sets auch so dass man es wirklich weglassen kann so die mehrteilige Anleitung ja der Nutzen ist mir nicht ganz klar aber sowas ist jetzt kein negativer Punkt so was ist das jetzt hier als Gesamtes das ist ein super schönes Spielset ja also ich kann das absolut empfehlen und es hat auch einen erzieherischen Wert man kann damit vernünftige Sachen spielen es ist nicht irgendwie so nur so miss thematisch ja also ich würde mal sagen es hat ungefähr den den zehnfachen pädagogischen Wert von Harry Potter also richtig gut so muss Lego sein also versuchen wir eine Wertung die kriegen wir auch hin und zwar Spielspaß der ist hier grandios gut ich gebe vier von fünf Bricks man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr machen können natürlich vielleicht noch ich hätte gern noch irgendwie was was dazu gehabt irgendwas was man da rein sammeln kann in den in den Behälter klar ich kann das hier mit diesen Korallenblümchen machen aber ich hätte irgendwie so irgendwie so so zehn oder fünf kleine so einmal zwei bedruckte Teils oder so oder einmal eins bedruckte Teils die man da rein sammeln kann oder noch eine Truhe die sie finden weil der hat ja hier sein sein Detektor der eine dass man vielleicht noch irgendwas findet und das was metallisch ist vielleicht suchen sie irgendwelche spanischen Dublonen oder sowas und das packen sie dann da rein das wäre noch so das wäre dann wären dann fünf gewesen ja das ist dann wie in der Schule die eins ist dann wenn man den Lehrer überrascht ja also vier von fünf das ist aber gut Bauspaß auch vier von fünf macht macht Spaß es ist durchgängig abwechslungsreich Stabilität das ist alles stabil keine Frage es ist alles stabil hier das wackelt ein bisschen rum aber es hält ja das ist stabil das hat gar keine Frage hier ja ja es könnte noch es könnte noch ein bisschen kompakter sein man hat hier einfach ein paar kleine Sachen und der der Speeder der mit seiner Klemmtechnik da hinten ja also ich sag mal ist es trotzdem gut ja vier von fünf Bricks jetzt nicht meckern wartet nur auf die Gesamtwertung Optik gefällt mir sehr gut fünf von fünf Bricks das ist hier toll so muss Tiefseeforschung aussehen Preis und Verfügbarkeit sind nur drei von fünf Bricks nur in Anführungszeichen aber es ist für ein Lego Set schon ganz gut es könnten auch vier sein also wenn das Set jetzt eine UVP hätte von 25 Euro dann wären das hier vier von fünf Bricks und bei 20 Euro wären es fünf von fünf Bricks also für 20 Euro wäre das grandios so kommen wir zu einem Gesamt zu einer Gesamtwertung und die ist trotzdem fünf von fünf Bricks dieses Set ist einfach bedenkenlos empfehlenswert das ist ein Highlight von 2020 für mich so schreibt mir eure Meinung was ihr denkt ich würde mich freuen vielleicht habt ihr schon gebaut vielleicht habt ihr vor es zu bauen wenn euch das Video gefallen hat gebt die Daumen hoch würde mich sehr freuen wenn es euch nicht gefallen hat bitte mit Erklärung dann kann ich mich verbessern und dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal beim nächsten Video beim nächsten Mock beim nächsten Alternative Bild oder beim nächsten Set auf meinem Kanal auf Mockscout nach Mockscout lusion qui qui zu zwei